Die jüngsten Rapid-Fans, das sind die Greenies. Und das hier ist ihr Event. Rutschen, eine Luftburg und zahlreiche andere Vergnügungsmöglichkeiten machten den sogenannten Greenie-Tag am Mittwoch vor dem Ernst-Happel-Stadion für alle, die gekommen waren, zu einem tollen Erlebnis. Nicht zuletzt, weil die gesamte Kampfmannschaft den jungen Rapid-Fans Autogramme gab. Nähere Infos zur Greenie-Mitgliedschaft gibt es online auf www.skrapid.at.